Weitere Komponenten, Karten in der Multi-Panel Kartenleger, 35 Euro, DVB-T-USB-Stick, jawoll, hau mal hier rein, ihr Kreativ Sound Plaster, Asus Xonar, 430 Euro. Das Spiel geht übrigens los, ne? Ja, ich baue hier noch. Das ist fast so wie Mesh zusammenbauen, genau. Dreimal festbleiben in deinem Boxing. Vorsicht, nicht vorm Direwolf stellen, da hat jetzt LBX 50. Puff, puff. Du meinst LBX Abstaub 50. Ja, genau. Ich lasse euch erstmal alle vorlaufen, warten bisschen und dann komme ich mit meiner Doppel-20er-Doppel-5er. Was ist das? Hat der da noch Panzerung? Dies Rotarge. Einfach draufhalten. Ich geh wieder hinten auf B1, ne? Übelste Pumpgun. Puscht ihr wieder dann. Ich hab aus Versehen ein Medium und ein Medium Pulslaser. Puscht ihr dann entgegen, wenn ich im Kampf bin? Nein. Nein. Nö. Immerhin sind wir uns einig. Was irritiert mich jetzt? Nein. Das ist mir egal, ich bleib trotzdem hier hinten. Mach das so. Ich weiss nicht mal wo du bist. B1. Das ist ne geile Pose da hinten. Da guckt niemand. Dann läufst du schön links hinten entlang bis zum Tunneleingang bei denen. Und dann basht ihr den allen in den Rücken. Wenn da so zwei, drei Mechs stehen würden für uns, würden wir alle weg. Ja, ein bisschen. Oh, ist das langsam. Ich fände noch 10 Gramm schneller als der Rücken. Wir haben was an der Ridge. Ich bin nur ein Scout. Ein Eierstarter. Nein, es kommt noch ein Zweier. Noch ein Zweiter wollte ich eigentlich sagen. Komm, komm, komm. Ich hab meine Fliegenklatsche dabei. Ich seh Schüsse kommen von Charlie 4. Nee, es gibt Fliegenklatsche. Pass mal auf, wer sie gleich vor dich stellt. Kommt so'n komischen Thunderbolt angerangen. Guck mal da rechts, du Thunderbolt. Thunder, Thunder, Thunderbolt. Ich seh Echo, Echo, Thunderbolt. Wo ist denn dein Schwert? Das hab ich mal im Geheimfach. Das holte ich erst raus, wenn mir die Seitentorsi weggeschossen wurden. Ah, lustig machen. Ich guck's mal an. Willst du ein Duell mit mir? Suchst du den Tod, du nekriker Direwolf? Pass auf, er ist der Direwolf nicht mal gleich ausgast. Wo sind die, ihr? Der ist nicht schlimm genug, wenn du jetzt umfällst. Macht mir mal ein Quadrat, wo die sind. Wo ihr welche habt? Ein D6 ist ein Scout. Bei 2.3 und 3.3 sind viele. Die tun das richtig pushen von da unten. Der kommt zurück, das kann sein, dass die uns hier nur ablenken wollen. Es ist nur ein Firestarter. Du rennst ja auch noch hinterher mit deinem Direwolf, um den zu jagen. Habe nur geschossen. Hättest du Jumpchats, wäre das vielleicht noch was geworden. Er hatte auch Jumpchats. Ne, ne, ich hab ein A jetzt. Hat sich einer von euch den mit Jumpchats geholt, oder nur die Omnipods? Geht nicht. Ne, du musst dir den Mech kaufen, damit du die Omnipods hast. Ach so. Du kannst es ja auch nur einmal nutzen. Das klingt aber hart ab. Gegnerisches UAV, äh, neben unserem. Ja, weg. Nex UAV. Okay. Den Firestarter habe ich in die Flucht gestragen. Ein Tunnel oder was? Ne, ja. Da kommen Sun-Up-Polge. Da kommen Sun-Up-Polge. Da kommen Sun-Up-Polge. Ey, wenn die als Penner von euch wenigstens bei mir dabei wären, könnten wir hier wieder zwei, drei Stück aufrein. Wer macht ja so komische Spiele schon nie mit, wenn ich mal was fahre. Ja, ich hab Medium-Puls-Laser, das ist für mich echt ne blöde. Ich war auf der anderen Seite der Map. Naja, jetzt keine Ausreden. Mal auf die drei Mechs im Wasser bei C3. Nein, 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 nein! Ich bin runtergefallen, mit meinem umförmigen Diary. Kacki. Sind die im Tunnel drin auch? Naja, die stehen sehr hart bei C3, B3. Ziemlich hart. Ja. Aus nem Tunnel kommt ein, äh, Fiktor. Ein Fiktor? Willst du den mal ficken, den ficken? Den wollen wir doch mal richtig aufficken Puscht mit mir! Fuck, hier kommt ne Krabbe hoch, ne Kingcrab, du lachst 20 Schottel, schmiss halt Help me! Zerschmetter ihn! C4 oben, Ende der Plattform Oh scheiße, tatsächlich Hoho, spring einfach runter Super, hat der den XL-Engine Für den Bild ne XL-Engine, ich glaub, hat hakt Oh, Doppel-AC-20 schießt der auf mich, der Penner, ey Mann Ich baue, Alter, mal ein PC-Z Dann krieg ich echt die Wut Machen wir den Spieß mal umdrehen, ne? Boah, shit Puscht Ich glaub, ich hänge gleich fest Nehmt mal Ziel-G aus dem Spiel Der schützt den, äh Der Orson Ich hab hier ne Kingcrab Kingcrab kommt und der kommt, wie es ausschaut Oh, soll er machen Wow! Wir haben was hinter uns, ein Firestarter nochmal In D2, glaub ich Boah, du lauf Hier geht ein Strike runter Shit, shit, shit Lauf, 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 grimmel wecker Also 1.300 Sehr gut Die Kingcrab kommt unten rein Krasser Scheiß Hinten ist auch noch was Firestarter D Bei D4 Geil wie die sich alle selber killen mit dem neuen Overheap Nein, IGIT Hau ab, du böser Firestarter So, man Geras, bei mir schießt du immer einen Meter daneben und ist trotzdem rot Na, bist du gerade am Zugucken? Ja Ja, das ist nie synchron Ups Die Runde wieder weiter Alter Schwede Wie es hier PPCs hargelt Oh shit Mein Bein ist weg Neue Target Acquired Neue Target 8 Level Critical Oh Ey Wann der was, die lassen nichts übrig für dich Ja Du bist gerade voll in den Laser reingerannt Ich war ja eh auf dem Weg dahin, da hat da jemand einfach drauf geholzt Unerhört Oh, ein sehr gut erhaltener Zenturion hier hinten Mit dem lege ich mich nicht an, ich bin nämlich viel zu offen für alles Ja, ich hab 40, 40 km high Das ist was witzig Das ist was witzig Ja Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die mit den kleinen Urban Bags da rumtanzen werden Jawoll, der letzte Kill gehört dem Chef Habt ihr schön für mich vorbereitet, dankeschön Ja, hat's dir geklappt Werbung, Werbung, Werbung Was ist da los im Hintergrund? Wären wir gefeiert, oder wat? Ja Fandler Mario Kart